Hallo und herzlich willkommen zurück zu der heutigen Folge von D-Rail-Valley. Oder, wie ich jetzt irgendwie passender finde, Fahrschulkurs, erste Praxistunde, Anfahrt am Berg. So kommt mir das gerade vor hier. Die Frage ist, wie kriegt man das denn ohnehin hin? Weil wir haben ja folgendes Problem. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Dampf geben, fahren wir voll in die Bremse rein. So machen wir alles kaputt, habt ihr mir gesagt. Gut, wir müssen theoretisch die Kupplung hier kommen lassen und dabei langsam Gas geben. Also, so in der Art. Ich glaube, wir haben es hingekriegt. Und nein, ich habe nicht geübt. Naturtalent. Gut, ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir ganz spannende Sachen erleben, hoffentlich. Denn mir wurde zugetragen, ich bin irgendwo drüber gestolpert. Oder habe es mir gerade ausgedacht, eins von diesen drei Dingen. Dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich in den Städten umzugucken. Weil es da Sachen gibt, die wir nützen können. Nützen? Nutzen? Nutzen? Verwenden. Wie auch immer, du weißt schon. So. Na? Ja, und da sind wir gleich. Jetzt einmal hier. Das ist das Ganze. Das sieht hier sehr, 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 wie gesagt, sehr verwinkelt aus. Ob wir das überleben werden in einem Stück, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, Bremsen sind komplett gelöst. Sehr gut. Und er kommt. Er wird langsam schneller. Und dann wird er auch kühler. Möglicherweise gibt es das zu sagen. Möglicherweise. Dann bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, bis jetzt, so, würde ich sagen, mit... Oh, das Schild. Das Schild. Uiuiui. Mit eines der spannenderen Streckeausschnitte. 1,9. Uiuiuiuiuiuiuiui. Die Frage ist in welche Richtung. Lass mal lieber an. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ne, es scheint bergab zu gehen hier, ne? Ja. Würde ich mal so sagen. Und ich bleib hier mal lieber vorsichtig. Das sieht mir hier sehr... Ja, guck dir das mal an hier. Eine krumme Kurve nach der anderen. Schön vorsichtig. Da braucht man auch gar nicht dran zu denken, zu überlegen, welches Gleis wir reinfahren. Aber zweimal rechts, hat man gesagt. Zweimal rechts. Wir kommen von Nordosten, ne? Jo. So. Schön in den Tunnel rein. Vielen Dank auch dafür, eure ganzen Geschichten zum Thema Schienenersatzverkehr, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Und da war gerade ein, ähm, ein Hai auf den Schienen, ne? Oh. Ihr habt's Knistern schon gehört. Wir sind viel zu schnell unterwegs. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Samson Tiviha von Bötefeld. Das war knapp. Puh. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, die Frage beantworten, ob es auf oder ab geht. Es geht bergab, wie es scheint. Wie schön. Jemand müsste die Lok mal waschen. Kann man das? Kann man da irgendwie mal mit einem Schwamm drüber gehen, bitte? Äh, was kommt denn hier für Abzweigung? Oh, das ist ja schon die erste. Hä, nee, das kann doch nicht sein, ne? Hm. Naja, wie gesagt, zweimal rechts und dann... D21, Mitte. Zweimal rechts, Mitte. Kriegen wir hin. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. 40. Kommt mir ein bisschen schnell vor. Da kommt ja nochmal hier so eine... Relativ enge Kurve. Und ich will jetzt nicht hier drei Meter vor der Stadt entgleisen, auch wenn es Folge Nummer 13 ist. Und du, ja dich meine ich, du würdest dich natürlich darüber außerordentlich freuen. Ist mir schon klar. Schnell. Oh, ho, ho, ho. Ui, 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 ui. So, zweimal rechts. So, können wir hier irgendwie die Schilder lesen? Aber wenn, müsste das da sein, ne? Das ist schön hier. Aber das ist so eine kleine Stadt, die hier in so einem... So einem hügeligen... Hügeligen Tal, wollte ich gerade sagen. Aber das macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Von Hügeln umsäumt. Irgendwie sowas. Ich würde gerne die Schilder lesen. Das da würde ich gerne lesen. D3. I think we are good. Wieso müssen wir denn... Das irritiert mich aber gerade ein bisschen. Wieso müssen wir denn... 21... Auf das Gleis, von dem wir ja bisher die Theorie aufgestellt haben, dass das so eine Art Durchfahrtsgleis ist. Warum müssen wir denn jetzt da abstellen? Hm. Aber, Leute, was soll ich sagen? Wir haben es zumindest geschafft. Wenn wir jetzt nicht noch... Folge 13, wie gesagt. Wenn wir jetzt nicht noch 100 Meter vom Ziel hier umkippen. Mit dem Zug. Oder irgendwie sowas. Und dann ist mal die Frage, wie weit müssen wir hier rein, ne? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. So, dann haben wir hier so ein Fährkran, oder wie auch immer das Ding heißt. Ich würde dann einfach mal so fahren, dass der da drunter steht. Die Frage ist nur, wie steht der da drunter? Wir sehen ja das Zugende nicht. Wir bräuchten eine Caboose, wo wir hinten reingehen können und uns das angucken. Oder wir machen einmal den hier. Ai, ai, ai. Wir sind fast vorne schon wieder raus. Und das Ende vom Zug ist noch nichtmals aus dem weichen Ding rausgefahren. Der ist also ganz nach vorne. Das ist ja auch so eine Geschichte. Kann es vielleicht sein, dass wir irgendwann so lange Züge haben, dass wir den splitten müssen? Das heißt, den angelieferten Zug... Na, du weißt schon, was ich meine, ne? Durch zwei teilen. So. Ist das möglich? Warte mal, jetzt machen wir erstmal... Es erscheint mir sinnvoller. Bremse. 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 Erst die Bremse. So, und dann... Mal los. Hallo. Zack. Und... Sehr gut. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wieder so ein ganz bisschen stolz auf uns. So, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir hier Dinge. Stationsplan wäre cool. So, wir sind... ...von Nordosten reingekommen. Das heißt, was auch immer irgendwo ist, ist da hinten. Trotzdem gucken wir uns mal eben hier um. Wir machen das auch mal im Schnelldurchlauf. Wir sollten natürlich so schnell wie möglich jetzt den Auftrag abgeben. Ich glaube, hier ist nicht, was ich suche. Oh, ich muss hier gerade voll ein Mudrunner denken. Oder? So die erste Startstelle. Oder Spintires. Das normale Spintires, ne? Ist auch irgendwie so ähnlich. Gut, wir gehen mal eben kurz unser... Ich will auch mal eine größere Lok haben. Wir gehen mal eben unser Häuschen suchen. Und da hinten ist es, glaube ich, ne. Grüne da. So, und da seht ihr eine der Mods, die ich installiert habe. Die ganz kleiner kosmetischer Natur sind. Guckt euch das mal an. Na, ist das übersicht... Naja. Also, in der Theorie ist es übersichtlich. In der Praxis nicht so ganz. Wir gehen mal eben den Auftrag ab. Nein. Nein. Ja. Wir haben's. Aber jetzt mal ganz im Ernst. 12.000... Für 105 Minuten Fahrt. Also, privat würde ich das nicht machen. Wenn mich jemand fragt, kannst du mich mal eben... ...zwei Stunden fahren für 12.000? Pff. Also, weißt du, als YouTuber gehst du dafür ja nicht vor die Tür. Ähm. Aber sieht eigentlich gut aus. Und was kriegen wir insgesamt? Ich kann's nicht sehen. Warte. 18.685. Ähm. So. Zeitbonus. 6.000. Ja, also, obwohl wir diesen Umweg gefahren sind. Gut gemacht. Ja, schön. Da freu ich mich irgendwie. Gebühren und so weiter. Was haben wir denn? Ach, du lieber Gott. L96. Das müsste die Lok sein, mit der wir grad gefahren sind. 4.000 Euro Schaden. Oh. Oh, weia. Ui, 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 ui. Ähm. So? Also, schon so ein bisschen belastend, ne? Das ist aber jetzt... Gut, wir haben jetzt 64.000. Jetzt gehen wir mal eben shoppen. Und zwar... Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Sachen finden, die wir nutzen können. Retrieve all Items. Das ist es wohl nicht. Hm. Das ist es wahrscheinlich auch nicht. Will ich jetzt gar nicht den Hässel machen, uns hier erstmal einen neuen Auftrag rauszusuchen. So, hier sind wir so eine Art Wohnsiedlung. Das sieht jetzt auch nicht nach Geschäft aus. Weil... In der einen Folge, die ich abgebrochen habe, aufzunehmen, weil, ne, Technik und so... Da habe ich, ähm, die Tasten neu belegen wollen. Und dann... Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob ich das schon gezeigt habe. Aber im Handbuch fand ich dann folgenden Eintrag. Pass mal auf. Äh, Gegenstände. Guck mal. Taschenuhr. Dieser Gegenstand kann in einem der Geschäfte erworben werden. Ist in allen Geschäften des Tals vorhanden. Die Frage ist, ist das jetzt ein Geschäft hier irgendwo oder ist das in einem Automaten drin? Das könnte natürlich auch sein. Haben wir hier sowas wie ein Geschäft? Und das ist das, was ich jetzt gerade suche. Mit euch gemeinsam hier die Stadt erkunden. Sehr schön. Was hat denn hier? Ah ja gut, hier haben wir ja gerade die Leerwagen hingefahren. Guten Tag. Ding Dong. Okay, kommen wir nicht rein. Aua. Was haben wir denn hier? Aber das hier... Es heißt ja... Stadt, ja? Aber das ist ja eigentlich... Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist ja hier ein Häuserblock. Garderole. Haben wir es wieder mit Logik heute? Ähm. Aber es ist halt irgendwie... Ist doch irgendwie, ne? Was haben wir denn hier? Guten Tag. Ne, leider auch nicht. Leider nein, leider gar nicht. Vielleicht am Bahnhof. Ne, hier gibt es nur einen. Wahrscheinlich. Angenehm nach Ammoniak riechen, das WC. Was soll da schon schief gehen? Ja, aber sogar eine Bushaltestelle, was das sein soll. Aber dieser Bahnhof, der muss auch noch viel größer sein, oder? Wie finden wir das denn raus? Also wir haben hier Lebensmittelfabrik. Das ist halt der Getränkeladen. Dann haben wir hier die Sortiergut. Wir haben Personenbahnhof. Und wir sind jetzt gerade oben im Norden gewesen. Ja, schwierig. Keine Ahnung. Also das... Dann lassen Sie mal gucken, ob es da so eine Art Automaten... Achso, das ist Wartung. Äh, ob es so eine Art Automaten gibt. Oder ob ich Automaten auf den Augen habe. Äh. Das ist echt... Das tut weh, ne? Das tut so richtig weh. Was ist hier denn los? Bauernhof? Ähm, hier. Ruhige dich. Das arme Schaf. Story of Seasons. Ähm. Karriere Manager. Der hat nur Gebühren und Lizenzen. Gruppierer. Kann ich mal eben hier einmal... Hä? Oh. Huch. Das war jetzt nicht der Plan. Ähm. Nein. Nein. Noch einmal ab... Ab... Äh. Einmal abwerfen. Ja, das... Äh. Hier auch... Hier auch nicht. Hier oben können wir höchstens mal schlafen gehen. Kann ich den Ventilator einfach einmal mitnehmen. Ja gut, in der Theorie, äh... Vielleicht können wir eine Uhr von der Wand mitnehmen. Und die dann als Armbanduhr oben hängen. Tolle Idee. Äh. Klappt nicht. Können wir hier was drauf... Warte mal. Äh. Das hätte klappen können. Mülleimer nehmen wir mit. So, hier ist gerade Umzug angesagt. Wozu soll das denn gut sein? Huch. Ich hab immer so den Eindruck, ne? In solchen Spielen. Da ist nichts umsonst. Das hat alles irgendwie einen Sinn. Vielleicht bin ich auch zu naiv. Ja. Hm. Wo sind wir denn? Wir sind... Hier. Guck mal. Brot. Wurst. Käse. Katzenfutter. Dosen. Und Feuer. Also in der Hafenstadt vielleicht. Ich will das jetzt wissen, Leute. Ganz ehrlich. Ich will das jetzt wissen. Wir gucken einfach mal. Da sah es mir jetzt gerade nach den meisten Produkten aus, weißt du? Da würde ich sagen... Nimm uns in der nächsten Folge dann sehr viel Zeit. Und wir waren ja auch hier noch nicht bei Tag, ne? So. Fundbüro. Gucken, ob da Geld liegt. Nee. Nee. Ich meine, es ist schon besser, ne? Aber... Die Frage ist, verschwinden die Aufträge auch irgendwann? Keine Ahnung. So. Auftragsentwerter. Hier ist auch irgendwie nicht so ein Automat oder irgendwas. Denn, äh... Ja, ich würde gerne... So Sachen haben wie eine... Taschenlampe. Nun... Warte mal. Warte mal. Das müssen wir wissen. Warte mal. Kann ich? Nee. Ich kann ja nur aufheben. Ich dachte, wir könnten vielleicht den Knopf drücken, dann geht die an. Wobei... Warte mal. War hier nicht eine Taschenlampe drin? Warte mal. Warte mal. Jopp. Aber das wäre so cool, ne? Steht ja im Handbuch. Kannst du in den Geschäften kaufen? Guck mal. Da ist zum Beispiel... Das sieht mir mehr nach... Stadtzentrum aus. Da ist ein bestimmtes Markt in der Nähe. Hier ist eine Kirche. Oder wie ich immer zu sagen frage... Eine Kirche mit Ö. Ist hier ein Laden? Guten Tag. Nein. Ach, wie viel gibt es denn hier zu sehen, bitte? Uh. Ist auf jeden Fall ziemlich groß. That's what... Nein. Aus. Ich warte eigentlich gerade nur drauf, dass jetzt irgendwie aus irgendeinem Haus Zombies rauskommen. Ganz ehrlich. Das ist wirklich original, so. Ja. Ja, wo gehen denn überall hier Gleise lang? Das ist so ein... Altes Boot. Auch sehr schön. Bringt das aber auch nicht weiter. Vielleicht brauchen wir noch einen Truck. Nee. Okay. Huch. Fast ins Wasser reingebeamt hier. Mhm. Ah, ja. Wir kommen gar nicht auf das Gebiet drauf. Verstanden. Hier einmal Industriepark Süd. Das ist alles Hafengebäude. Ich glaube, da gibt es keine... Flaniermeile, die zum Einkaufen einlädt. Ist das noch ein zweiter D2? Ja. Das heißt, eine zweite. Es gibt ja wahrscheinlich ziemlich viel auf der Map. Ja. Also ich glaube... Aber warte mal. Hier ist ja der... Personenbahnhof. Vielleicht gibt es ja am Bahnhof so ein Souvenirlädchen oder so. Oder hier in der Tanke. Wo du denn für 7,50 Euro ein Brötchen kaufen kannst. Auch nicht. Gibt es das heutzutage nicht mehr? Bin wahrscheinlich schon aus der Zeit gefallen. Wahrscheinlich kostet mir alle 15 Euro. Ähm. Und eigentlich gehöre ich zu diesen Politikertypen, die nicht wissen, wie viel Liter Milch kostet. So. Ja, also ich glaube... Der Eintrag im Handbuch... Warte mal, wo war der Personen... Das ist aber auch nicht der Personenbahnhof hier, ne? Das ist ja auch Güter. Haben wir denn einen? Wir irren hier einfach auf der Map rum. Ähm. Ist 3... Ist P-Person? B ist Person. Ne, P. B, P. Ziemlich in der Mitte. Hey, würde ich fast sagen... Müssen wir eins weiter. Ah, guck hier. Ja. Da werden die... Oh, das... Das ist doch auch schon ein bisschen bitter. Weißt du hier so... Wie so eine Kuh-Rampe hier. Ei, 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 ei. So, hier ist ein Kiosk. Guck. Das ist doch bestimmt einer. Guten Tag. Ich... Ne. Hat gerade geschlossen. Seht ihr? Ist auch eine sehr einladende Werbung hier außen dran. So, was haben wir hier? Aber es ist schon irgendwie schön, ne? Dixi-Klo. Sehr gut. Das war wieder im Asset-Katalog von Unity. Äh, Unity. Das ist Unity, ne? Mal hier mit dem Bus rumfahren. Auch nix. Ja, dann halte ich das für ein Gerücht. Und dann müssen wir uns halt mit der LED... Ich hätte halt gerne... Ich hätte halt gerne eine Uhr. Eine Taschenuhr. Dann haben wir eine. Ne, hier ist ein Kompass. Und das Ding hat keiner. Dass wir immer so ein bisschen planen können, wann wir schlafen gehen, ne? Und so. Gut. Ich werde dir noch ein bisschen umherirren. Und in der nächsten Folge werden wir dann in aller Ruhe... Ist dann ein bisschen eine entspanntere Planungsfolge. Werden wir uns dann anschauen, welchen Auftrag wir wählen. Und ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch was. Und dann sehen wir uns da in der nächsten Folge wieder. Hier ist das Schluss. Nächste Folge jetzt sofort. Auf Gartorien Plus. Ciao.